Schatteninseln In diesem verfluchten Land lebte einst eine erhabene und erleuchtete Zivilisation. Zu jener Zeit war dieses Gebiet seinen Verbündeten und deren Botschaftern noch als gesegnete Inseln bekannt. Doch eine noch nie dagewesene magische Katastrophe vor tausend Jahren hat die Grenze zwischen der materiellen Welt und dem Geisterreich zerrissen. So wurden sie miteinander verschmolzen, und alle Lebewesen der Inseln binnen einen Augenblicks verdammt. Nun werden die Inseln unaufhörlich von einem unheilvollen schwarzen Nebel umhüllt, während ihr Boden von dunkler Zauberei befleckt ist. Sterbliche, die es wagen, Fuß auf diese düsteren Ufer zu setzen, verlieren allmählich ihre Lebenskraft, was wiederum die unersättlichen und rastlosen Geister der Toten anlockt. Wer innerhalb des Nebels sein Leben lässt, ist dazu verflucht, diesen albtraumhaften Ort auf ewig heimzusuchen. Aber schlimmer noch. Die Kraft der Schatteninseln scheint von Jahr zu Jahr zu wachsen, sodass die mächtigsten Geistergestalten immer weiter nach ganz Runeterra vordringen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017